so ein bisschen Holz noch mit rein Mann und den Ofen den packe ich einfach ganz kurz mal zu Waffenausrüstung, da ist das glaube ich ganz gut aufgehoben so dann, wir haben echt noch mega viele Fackeln auch noch dabei gut dann können wir nicht mal wieder zurückgehen denke ich mal dass das keinen stören wird und weitermachen ne so lalalalalala bisschen Erde haben wir auf jeden Fall gleich so also Erde haben wir wieder relativ viel jetzt was soll ich eigentlich damit das werde ich doch nie wieder verbrauchen oh ich habe vergessen ein Wasser wegzumachen ich bin ja böse ach was habe ich denn hier vergessen das geht ja alles gar nicht ne äh wer kommt denn das dann das Wasser ähm aha von hier also das geht ja wirklich gar nicht so das kommt auch wieder zu so sehr schön das macht man hier mit das ist nämlich Erde und kein Stein deswegen benutzt man dafür die Schaufel so zack 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 so dann haben wir gleich die ganze Erde weg das ist ja schon mal schön naja das ist aber ein ziemlicher Kraftakt finde ich hier einmal alles wieder abzureißen ich glaube das mache ich auch noch einmal und jetzt sieht es hier ziemlich leer aus finde ich aber gut ja das ist halt so ne das ist halt so ist das eben dann sieht das hier eben halt mal ein bisschen leer aus dann ist das so und wir haben noch nicht mehr so einen hässlichen Betonklotz mit in der Landschaft stehen ist auch toll ne das freut mich dann so zack zack sehr schön und dann tatsächlich auch noch ein bisschen Holz so und dann geht es jetzt hier oben weiter yeah und es wird gerade Nacht das heißt wir können unsere Betten mal wieder aufstellen oder unser Bett vielmehr das ist ja nicht das zweite ich bin ja alleine ich kann nur Nacht schlafen bü 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 ich will aber jetzt so ich bin jetzt müde und ich esse heute Abend so dann gehen wir mal eine Runde schlafen nö so kann das Bett endlich fliegen? ja kann's das ist aber toll das ist das kann so so also was könnte ich erzählen hm joa also da gibt's so dies und jenes ne keine Ahnung ich weiß nicht was ich erzählen soll für ne kacke weiß ich nicht ich hab keine Ahnung ich setze mich immer einfach so hin und nehme einfach auf ohne mir so wirklich Gedanken darüber zu machen was ich machen will erstens und zweitens was ich erzählen soll ich setze mich einfach mal hin und ach ja ich nehme jetzt mal kurz auf ja ja dann ist es irgendwie so dass ich mir dann irgendwann mit in der Aufnahme einfällt dass ich einfach nichts zu sagen hab auch immer toll so ich geh da mal kurz rüber dann falle ich nämlich gleich nicht runter ne das hab ich ja ganz schön schlau eigentlich gemacht nicht weil jetzt fallen die Steine alle ins Wasser naja gut egal dann ist das eben so äh für Leute die das jetzt nicht grad so uninteressant finden das kann ich verstehen wir machen nämlich seit folgen nichts anderes als die abreißen aber ja gut was will man machen es gehört ja dazu ne so jetzt spring ich hier doch runter ne es gehört ja irgendwie dazu zu Minecraft dass wir das machen also sollte man sich da auch nicht beschweren ne das ist so so und jetzt muss ich gleich ich seh hier unten nix aber tja jetzt muss ich gleich erstmal wieder in neue lauf doch mal Spitzhacke craften und dann mach ich mir auch gleich ähm ich wollte eigentlich den Stein da oben haben aber gut und dann mach ich mir auch gleich ne ich will mir Spitzhacke machen und dann lehre ich auch gleich nochmal mein Inventar so wollte ich das sagen so wo hatten wir Erde noch jetzt wieder drin hier unten haben wir in der Erde drinnen ich weiß er ist jetzt gerade um die vollen Stacks rein weil ich so so ein Tick habe einfach nur immer alles für ins Volk wegzulegen so das kann da weg Stone hatten wir hier unten noch ein bisschen Platz ne fackeln nicht Stone so der restliche Stone kommt da drüben hin und dann haben wir noch Holz und so und haben wir Holz hier irgendwo nicht auch noch mit reingepackt ja hier unten sag ich ja so gut dann bräuchte ich noch einmal zwei Sticks so mittlerweile haben wir ziemlich viel Eisen verbraucht wieso pack ich eigentlich den Redstone hier rein ich bin auch also zumindest diesen Redstone hier der Rest kann da ja drin bleiben ich bin ja auch einer ne oh wir haben ja noch zwei Repeater die pack ich hier nochmal rein ähm so dann wollte ich einmal schnell mir eine neue Spitzhacke machen so zack und dann mach ich da auch schon weiter ne an diesem tollen Teil hier so noch einmal kurz kratzen am Kopf und dann so Lalalalalala jo also ja das ist halt ähm jo ja keine Ahnung ich weiß nicht was ich sagen soll oh man wie nervig ist denn das so so dann haben wir diese Höhe hier auch gleich ab so und dann mach ich erstmal hier weiter oh hier hat wohl ein kleiner Teil davon in der Luft geschwebt von unserem schönen Betongebilde oder Steingebilde ja viel mehr Beton ist es ja nicht ist ja Stein hat ja wohl ein kleiner Teil davon in der Luft geschwebt dann ist das eben so sehr lalalalalala also ja was kann ich dir erzählen ich weiß das nicht ne ich hab ernsthaft ich rede glaube ich da gerade seit über einer Folge darüber dass ich keine Ahnung habe was ich erzählen soll kann das sein ich glaube das kann sein naja so ist das eben so 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 so